So, dann der Boden Hier ist ein Block Da ist ein Block Das sind tatsächlich Blöcke, Leute Wobei, wenn das dann wegkommt Den hat der auch damals ich hingemacht Dann wäre auch der hier weg Machen wir den gleich mal weg So, das heißt Da würde jetzt gar keiner mehr hinkommen Dann wären aber hier Hier wäre einer Und hier wären sie Und dann könnten hier tatsächlich Stufen hin Und da kann aber tatsächlich auch noch einer hin Wegen der Wand Hier ist leider ein Loch Das heißt, da kommt keiner hin Und hier ist dann auch Fehlt dann auch etwas, wo sie ran können Das heißt, das war's Ist halt so Und jetzt wäre halt noch die Decke So, und da kommt jetzt Da dann nichts mehr hin Deswegen muss hier ein ganzer hin Und hier auch Da würde aber hier tatsächlich Da würden sie hier noch hinkommen Ich mache jetzt tatsächlich auch das so, Leute So So Der kommt Ist hier Wasser? Ja Ich brauche Glas Ich habe kein Glas dabei Wo habe ich kein Glas mehr dabei? Das ist blöd Habe ich Sand dabei? Nein Wir müssen Glas holen, Leute Wo baut ihr denn jetzt euer Heerenhaus da? Im südlichen Kontinent Quasi südlich von unserer Insel Ah ja 42 Scheiben Glas Äh, äh, Blöcke Glas Die sollten reichen Scheiben haben wir definitiv mehr Oh, das ist schön, Leute So weit sind wir schon hier So Halt Da kommt jetzt Glas hin So So Da muss aber hier jetzt So einer hin Und Da muss auch einer hin Das heißt Hier kann wieder so einer hin Sehr schön Genau Okay Okay. So. Jetzt haben wir das, Leute. Sehr, sehr schön ist das. Also es ist tatsächlich von oben dann abgeschottet. Unten nicht, aber von oben. Jetzt ist halt nur die Frage. Also das brauche ich erstmal, das machen wir erstmal ein bisschen dicht. Nehmen wir dafür das andere Seat her. Oder nehmen wir das Holz her. Ach, nehmen wir das Holz her. So. So. Ja fast Das ist ein Da So, jetzt ist halt die Frage, Leute Wie bauen wir jetzt den Boden? Ich wäre fast versucht, auch wieder Holz dafür zu nehmen Aber vielleicht anderes Holz Oder einfach das gleiche Holz? Ricord, was meinst du? Äh, Holz Du hast keine Ahnung, worum es geht, gell? Teilweise Du wirst ein anderes Holz hernehmen für irgendwas Ich habe doch hier jetzt die Wo du schon gesehen hast Die Schritte Oder die Abschnitte aus Holz gebaut Für die Schienen Genau, und jetzt bin ich aber an eine Abteil gekommen Wo das nicht mehr, die mit anders sieht Das Abteil ist Also Stein Oh, da fehlt was Sondern tatsächlich aus Prismarin, weil das ein Wasserabschnitt ist Ja Jetzt habe ich aber trotzdem eine Schlucht drunter Wie mache ich da jetzt den Übergang? Auch wieder das normale Holz Oder Hm? Wirbretter Wirbretter Also es würde halt farblich zum Ding passen Und es ist halt Holz Hm Müsste ich schauen, ob ich die welche habe Aber das wäre tatsächlich eine Idee Gehen wir mal los, Leute Also ich glaube, das normale Holz brauchen wir nicht mehr Das packe ich jetzt in die Truhe Ähm Ich glaube, ich habe hier das an der Siedring Egal, das packe ich einfach alles hier rein Ähm Das hier brauchen wir, glaube ich, nicht mehr Packe ich mal weg Das hier werden wir vielleicht noch brauchen Ich packe es trotzdem mal weg Aber das kommt ja wieder in Hier rein Räumen wir mal ein bisschen auf, Leute So, schön aufgeräumt Genau Dann sehen wir jetzt mal nach Ob ich, wie viel Wirrholz ich habe Ich hätte tatsächlich Holz noch gar keins Aber wir Stiele Müsste reichen Neue Rezepte Sehr schön Ich muss das an der Bergbank ansehen Aber du hast recht Das würde wirklich gut passen Das wäre, als wäre es Eichenholz Aber dadurch, dass da ein Wasser drüber war Oder so Ist es halt ein bisschen schimmelig geworden Ja, irgendwie schon So, gehen wir mal kurz durch, Leute Was wir alles neu haben Okay Achso Was haben wir denn da Die glatte Quarztreppe habe ich neu Okay Politisch-Schwarzstein-Zigertreppe Wo habe ich denn die hier? Ach stimmt, ich habe ja letztens Sing-So umsortiert Da habe ich jetzt sehr viel bekommen Zielblock Interessant Okay Okay, was brauchen wir jetzt, Leute Wir brauchen Treppen Jetzt ist die Frage Macht die Steinsäge auch Holz? Nein Scheiße Gar ein Test Weiß ich, weil da habe ich letztens mit Kefret drüber unterhalten Das ist voll geil wäre, wenn es so eine Holzsäge gäbe Ja Das wäre es So Das reicht vielleicht für den Anfang, Leute Nein, die Treppen werden nicht reichen Ich hole mir nochmal Treppen Aber das gefällt mir tatsächlich recht gut Das heißt, wir haben jetzt Hier wären die Da dann die hier Dann wieder die Und die Genau So Super Perfekt Perfekt Schlecht Schlecht Nein Machen wir mal hier Vielleicht ist der einfacher Der ist tatsächlich einfacher Dadurch wird das hier einfach Nein 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 Das wird jetzt ein bisschen schwer, Leute Ja Geschafft Ja Gute Nacht Larendir So Um eins Oder eigentlich um mehrere Da oben muss ich das ja auch noch machen Ich mache mir nochmal welche Leute Leute Du wirst wahrscheinlich auch bald gehen, oder Rikulat Weiß ich noch nicht Aber ich werde glaube ich demnächst mal gehen Ich nehme schon seit über vier Stunden auf Oder? Äh, seit etwa vier Stunden Deswegen hat es mich hier gewundert, dass du noch da bist Ja Ich bin voll produktiv Vom letzten Mal waren wir schon so richtig produktiv Da habe ich nachdem du weg warst ja auch noch die Automatische Schildkrötenfarm sogar noch gemacht Also repariert Okay Und Dann habe ich aber Jetzt sogar heute noch den Weg in die Wüste gemacht Da wird sich Käfere freuen Krass Und Bin jetzt aber auch noch Hab dann auch jetzt noch hier unten In unterm Pilzhaus den Tunnel fertig gegraben Sogar noch alle Rohstoffe rausgepackt Und bin jetzt aber schon mit Fast mit einem Viertel des Tunnels fertig Ähm Ja Ein Achtel ist fertig Weil ich die Hälfte von der Hälfte habe Das ist ja echt produktiv Ja eben Das wundert mich selbst irgendwie so ein bisschen Muss ich gestehen So Das hätten wir Leute Das sieht tatsächlich recht gut aus Also es gefällt mir sehr Machen wir jetzt den nächsten Abschnitt Erstmal wieder die Decke Also da haben wir hier eins Zwei Drei Vier Und die Fünf Das ist die Frage Ja komm ich mache hier auch nochmal ein Jetzt habe ich ja schon alles abgelegt Egal dann machen wir erstmal den Ding weg Den Stein weg Nein aber ich habe jetzt Ich habe jetzt beim letzten Mal Konnte ich ja schon zwei Punkte Von meiner To-Do-Liste streichen Und heute auch schon wieder einen Nice Ja aber wirklich So ich packe da einfach Ach egal ich lasse es So Wand Fertig So Und dann wäre hier eins Und da eins Genau Habe ich das Redstone abgelegt Ich glaube ich habe das Redstone abgelegt Ich habe viel zu viel abgelegt Leute Gehen wir es wiederholen Nein aber wenn das beim nächsten Mal auch so produktiv weiter geht Dann könnte theoretisch hier der Die Strecke zum Pilzhaus in Betrieb gehen Was richtig geil wäre Aber der läuft richtig Ja So Ey Böses Wasser Okay Okay dann machen wir jetzt erstmal die Decke Nimm mal kurz auf K Jo So Das wäre Der hier 1 2 3 4 5 Dann wäre es noch Der hier Der hier Der hier Der hier Der hier Der hier Und das wäre es dann glaube ich Das heißt die 3 hier Können noch Können noch Stufen sein Machen wir mal das Glas hin Ach ich treffe nicht mehr Das dauert ganz schön lange Ah jetzt So 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 Dann hätten wir das Ich mach mal eben schnell die Stufen, Leute Ein Schleim Ja, hat ein Schleimball fallen lassen Das gefällt mir